Einen wunderschönen guten Morgen, Summertime. Zeit, um aufzuräumen? Nee, ernsthaft. Heute ist der eine Tag im Jahr, an dem wir die diversen Kleinigkeiten, die kleinen Einstellungen angehen, die euch tagtäglich nerven. Einige dieser Settings, die kosten nur wenige Sekunden, aber sie kosten euch diese Sekunden jedes Mal. Das summiert sich und genau dafür habe ich Vorschläge. Ich habe Ideen, wie man sowas streamlinen könnte.